willkommen zurück bei father and son play for fun zeige euch meine uhrzeit und die karte und hier ist ein legendäres tier das kenne ich selbst noch nicht ich vermute es ist der elch jetzt muss ich das ist jetzt los das erste gedrückt ich vermute es ist der elch und jetzt werden wir mal eben das tan tonic umnehmen und das pheromon benutzen es sind hier aber andere er ist es halleluja ja dann moment er wollte den eigentlich entspannt fotografieren hier ja das ist wenn man hier mal eben anstatt sich erst mal richtig ausschläft hier die kameras weg packen ihr seht ich bin leider noch nicht ganz wach heute aber den elch lassen sie entgehen den habe ich noch nicht so richtig langsam ist aber auch nicht spur verfolgt so jetzt aber dann werden wir uns heute mal noch ein mantel machen lassen den elch hatte ich schon lange auf dem schirm aber irgendwie ist der nie das ist es das war's vielen dank fürs zuschauen abonniert den kanal fehlt uns weiter lasst uns mal ein like da und schreibt mir doch auch vielleicht noch was in die kommentare bis zum nächsten mal bei father and son play for fun und dann sieht aus 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 Vielen Dank.